hallo und herzlich willkommen hier zum anderen folge hier ich wünsche allen einen schönen sonntag ich habe gestern vergessen dafür die aufregung wenn ich vorgerechnet die teller aktuell unsere getreide stoppen und den stroh von der umfeld unter der erde damit entsprechend die nährstoffe vom stroh aufgelöst werden können das prinzip das regenwürmer und so gleichen das wissen hilft und das mit erde bedeckt ist alles außerhalb des feldes also außerhalb der erde ist verortet ja schlecht weil das luft kommt dran ist trocken das ist nicht dienlich zum verrotten und feucht gehalten werden und das ist unter der erde oder das müssen erde bedeckt vorteil hier ist unsere und der gucken hier ist schön animiert er hier auch ne gut er hat man also allgemein sind die hände ein bisschen zu hoch auch beim ich sag mal so beim bei links hier beim dreschen ob das nun vom anderen traktor das besser ist beim glas ist auch nicht anders gewesen ja wir haben noch ein bisschen geld also den flug haben auch noch leisten können grunde muss man einmal gucken im menü ob da machen können hier auf gleich hoch haben also jetzt im ls hatte ich schon gesagt okay wir legen wir legen die felder zusammen wird aber hier nicht funktionieren gerade nicht vorgesehen auch wegen dem weg wir haben wie viele wege und klein langsam fahren und wollte gucken was so hier gesäht ist gut die gruppe mal sehen wie das näher ausgeht zum fluss wenn wir fertig sind ob das ziel gesät vorbei ist ist ja nicht so der fall wir haben wir jetzt aktuell ja die ernte eingefahren vor 14 tagen und ein bisschen geld verdient ist noch im lager das werde ich auch noch mal immer verkaufen aber eben gucken ob sie im winter andere preise haben das ist beim preis und verschieden weil man darf nicht vergessen das ist ja eigentlich im weltmarktpreis und auf der welt wird ja zu verschiedenen zeiten auf die ernte eingefahren das heißt wenn die weizen in australien einbringen das wirkt sich am weltmarktpreis genauso aus wie jetzt wenn sie jetzt weizen weiß ich in russland oder in usa aufbringen also eine ernten ja aber australien denkt man will die werden nicht in europa rektorieren aber das wirkt sich irgendwo dann aus jetzt sind wir an die preise da nicht extrem in der höhe gehen im winter es sei denn irgendwo gab es eine katastrophe ja dürre oder hochwasser und ernte ausgefallen das kann sie natürlich auch weil es auch ein spekulationsobjekt ist entsprechend im preis auswirken das ist ja das verrukte wenn es knapp ist ist teuer aber nichts hat aber viel hat das ist billig und das muss sich jeder im klar sein wenn was auspflanzt das prinzip vieler von anbau da muss man halt die kosten gedeckt werden natürlich sind kleine flächen nicht so effizient wie die riesig große fläche wo sie prinzip in ein arbeitsgang 18 meter gruppe oder zwölf oder so klar sind die geräte auch ein bisschen teurer aber die schaffen in der selben zeit halt auch viel sehr viel sogar der mein rechner kocht ein bisschen jetzt umschalten kann oder nicht weiß ich genau ob die hat mit automatik und kühlung aber ich habe befürchtet wenn er hier noch zu falte auf der rechner wieder abstürzt extra diesen buchprogramm rausgenommen ich habe zwei drauf einer ist halt quatsch normalerweise ist in einer deaktiviert für das spiel hier eigentlich der andere läuft auch hintergrund ein klein bisschen schub könnte ich mir eigentlich war normalerweise mal versuchen mit deaktivieren denn wohl hier ist einmal so die grafik sieht schön aus aber der rechner markt hat 866 watt naja ist halt so ich weiß nicht genau ob das immer so gut ist wenn man so ein könig gearbeitet hat weil ich weiß nicht genau ob das immer so gut ist wenn man so ein könig gearbeitet hat weil größere zellermaschinen gibt es glaube ich gar nicht hier im spiel real sicherlich schon real leben alle wollen dazu sagen das ist ja auch ein bauer nicht mehr wert das heißt das ist das größte gerät ne ja haben wir größere felder nicht viele naja gut vielleicht kommt ja eines tages hier mal eine vierfachkarte ne gut da müssen wir mal wirklich was anstellen aber jetzt am anfang ist das schwierig ne und ich weiß nicht ob das dann die das entsprechend schafft ne der rechner da ein bisschen weiter dann kann er sich das schneller geradeaus fahren die spur einbringen denn dann lenkt die automatisch und ich greife ja nur ein wenn ich jetzt um lenken das gas gemacht automatisch aber das optimaler wert mit 12 km h weil ich dazu noch ein mehr gehen können auf künften gang dann schalt darunter dritten vierten da will er nicht mit dem vierten gehen ganz gut lustig jetzt aber auch lügen muss jetzt nicht genau wie das funktioniert ob das hier ja andere möglichkeiten gibt das ist auch ein oldtimer in anführungszeichen ich glaube die gibt es glaube ich gar nicht produzieren sie gar nicht mehr lustig jetzt gar nicht dennoch produziert werden jetzt andere marken auf dem markt heute habe ich gelesen das fans wieder entsprechend viel verkauft hat im letzten jahr ist ja auch eine große firma oder aber vergessen das ist ja ärgerlich für ein paar euros verloren gerade weg ist es nicht aber noch später noch ernten können ja wir haben trockenes wetter muss ich sagen und daher also wir haben jedes mal vorgespielt haben immer gewitter gehabt aber direkt im spiel also und den tag wo wir jetzt angefangen haben kein regen ich habe ja hier auf der ebook und thüringen und war schon bot drauf aktuelle war der marsch deaktiviert mit realistischen fahrverhalten mit der reifen auf dem acker durchdrehen reifen einsackten der reifen also ist ein bisschen heftig übertrieben muss ich 100 prozentig davon erwartet wird neun update muss überschauen einen alten update alte fusion noch habe ich glaube schon ich habe ja noch hier den spielstand beziehungsweise mod ordner für mehr schweb da habe ich den auch drauf aber nicht nutzt aber er ist da und dann ist gut kann hier auftauchen mit der älteren version nutzen der marsch was trocken oder sehr trocken und da trotzdem eingesackt das kann es ja nicht sein natürlich war das feld halt sehr nass da kann mir vorstellen aber ich sag mal so jeder wohnen ist anders muss überschauen und jetzt morgen schaue da mal probieren neue jahre januar über die hälfte weg wahnsinn so ne aufwärts frau wieder hoch und lenken klar ich bin zurück ich müsste auch was anderes probieren von einer spur auf lassen dann können wir nicht so können wir ein bisschen genauer lenken bedenken wir vornächst mal zweite nehmen und dann zeugt da wir nicht klappt habe ich nicht mal schauen was besser ist mit gps geht es ja jedenfalls wir haben einfach mal gelernt dass wir erst im feld machen und den fluss mit ausgewände ja ich sag mal so das grafstück ja jemand gehören würde dann müssen wir so machen ansonsten um die bovenverzichtung zu vermeiden fahren außerhalb weiß auch nicht ob das sich hier auswirkt oder euch mal jemanden fahren lassen wer dafür auch locker mit tiefen lockerer jetzt schon mal 5 cm oder jemand fahren mit dem traktor weil das ist dann zu teuer nicht so zweit ist wohl sagt sagt diese länge zurücknehmen also geht zurück auch nicht das oder wir müssen auf der anderen seite in andersrum fahren da wird nicht so viel drehen also so viel extremen ausgleichen müssen aber im grunde ist auch egal aber in Thailand und so mache ich keine extrem langen folgen schwerer blödsinn ich denke mal der eine oder andere wird nicht mehr reinschauen jetzt die zeit ist vollkommen normal wirkt aber schlechten agript muss aus ist halt so da kann man nichts machen so hier waren dort gleich fertig aber nach möglichkeiten die auch nachbar feld fahren das macht man nicht die nächste spur nehmen wir eh nichts weiter aber das ist glaube ich aber mal schauen jetzt der boden ja im prinzip auch gut aufnahmefähig für wasser nicht für regenwasser aufgelockert und dann schauen wir nachher ob wir die aussaat vornehmen werden jetzt noch im august nicht zu früh und nicht zu spät wenn man schon auf kalt da schon auf frost müssen wir schauen ob das hier oktober ja müsste eigentlich oktober schon gehen wollte eigentlich im frühling aussehen da wollte ich noch düngen und koppelkämpfung wenn es sein muss ja das sollte auch schon freundlich gewesen sein aber schönen dank fürs reinschauen schönen rest sonntag dann mal tschüss so vielleicht seitdem morgen da tschüss nochmal ein dickes dank für euch reinschauen tschüss